Moin Leute, vor kurzem habe ich folgendes Video veröffentlicht und seitdem ist mega viel passiert. Die Reaktion war unfassbar krass und eure Anteilnahme ging so weit, dass das Video Platz 2 in den deutschen YouTube Charts wurde. Und auch was an finanziellen Support von euch gekommen ist, das war echt komplett unfassbar. Also ich habe wirklich überhaupt nicht damit gerechnet. Und zusätzlich gab es zwischendurch tatsächlich auch noch so ein relativ elitäres, sage ich jetzt mal, YouTuber-Treffen. Da hatte ich die Gelegenheit auch nochmal ein paar größere YouTuber kennenzulernen, die schon was länger machen, die auch um Rat zu bitten. Und genau um das ganze Zeug wird es heute gehen. Also was wurde mir geraten, was mache ich jetzt mit dem Geld, wie geht es weiter, wie viele Leute haben uns unterstützt und so weiter. Also ich probiere jetzt hier alles nochmal so ein bisschen für euch zusammenzufassen. Also los geht's. Ja, was ändert sich jetzt? Also erstmal haben uns über 5000 Menschen nach dem Video finanziell supportet und ich bin echt fast vom Stuhl gekippt. Denn das war auch gar nicht mein Ziel mit dem Video, das fand ich so witzig. Eigentlich wollte ich euch nur mitteilen, dass sich jetzt halt was ändern wird. Also dass zum Beispiel solche Einblendungen hier kommen und ich wollte euch einfach nur begründen, warum und wo ich eigentlich gerade stehe. Naja, und natürlich auch, dass ich aufhören werde, wenn es am Ende nicht für ein Team reicht halt. Also nicht als Gejammer oder so, sondern einfach als Statement. Also so, ne, ich mach das jetzt, Punkt. Also das war jetzt für mich einfach so eine Weiche, wo ich jetzt Richtung A oder B gehen kann. Beide sind für mich persönlich komplett okay. Das wollte ich euch eigentlich nur damit sagen mit dem Video. Also das fand ich halt deswegen krass, was für Reaktionen kamen. Genug davon. Wie geht's jetzt weiter und was passiert vor allen Dingen mit dem Geld? Also der allerwichtigste Punkt ist, ich bin jetzt wirklich in der Lage, mir ein Team aufzubauen und genau das tue ich momentan. Ich spreche momentan mit zwei Leuten. Einmal Lutz, er ist promovierter Ingenieur und aktiv in der Wissenschaftskommunikation tätig. Also er ist halt wirklich mega gut geeignet dafür. Und zum anderen auch mit Simone, sie ist bei einem Elektrizitätswerk unterwegs. War im Übrigen auch sehr aktiv bei unserer Balkonsolarpetition dabei. Und natürlich auch im Bereich Wissenschaftskommunikation aktiv. Also ihr seht schon, Wissenschaftskommunikation ist mir ziemlich wichtig. Aber das macht auch absolut Sinn, denn genau das wollen wir hier etwas aktiver betreiben. Also wir wollen ja Wissenschaft an euch kommunizieren und zwar so, dass man es auch echt verstehen kann. Das ist unser Ziel. Naja, vermutlich werde ich dann jetzt eine Person zu 50% einstellen können, die andere dann eher freiberuflich. Aber durch euren finanziellen Support habe ich jetzt quasi so ungefähr sechs Monate Puffer und kann das überhaupt erst. Das heißt, ich habe, selbst wenn jetzt gar nichts mehr reinkäme, könnte ich die Leute halt auf jeden Fall für sechs Monate irgendwie bezahlen. Und das wäre schon, das ist schon viel, viel wert. Und auch den ganzen anderen Scheiße da dran, hängen wir den Server und was weiß ich nicht alles. Unterm Strich kann man sagen, der absolute Großteil eures Supports wird auf jeden Fall in das Team fließen. Aber das ist auch klar, ich meine so Personalkosten sind halt einfach auch krass hoch. Ja, der nächste Punkt. Ich plane mit Nick momentan ein Crowdfunding-Projekt, in dem es um ein Energieoptimierungssystem gehen wird. Hier seht ihr den Start. Ich muss euch jetzt nichts sagen, ist auch nicht so wichtig. Das erkläre ich aber auch noch im nächsten Video oder in einem der nächsten Videos. Es ist auf jeden Fall ein Tool, was euch zum Beispiel sagen kann, wann soll ich welche Last anschmeißen oder wann soll ich einspeisen, wann soll ich Strom verkaufen, wann soll ich ihn kaufen, bla bla bla. Also tausend Möglichkeiten dann. Ziel des Tools ist es am Ende, dass ihr eine Kostenminimierung habt. Also ihr habt dann am Ende irgendwie so wirklich eure Stromkosten auf ein absolutes Minimum reduziert. Und darum wird es halt gehen. Und das Ganze ist nicht ganz trivial, denn ich möchte das super modular und sehr, sehr allgemeingültig aufbauen. Und die Initialphase kann ich jetzt dank des Supports erstmal hinbekommen, denn auch sowas kostet Zeit und Geld halt. Das ist halt auch nicht so einfach. Ach ja, und denkt daran, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nicht verpasst, wie es weitergeht. Denn wir werden das jetzt hier bald vorstellen. Da werde ich auch diese Formel da oben eigentlich mal erklären, denn es ist weniger kompliziert, als es aussieht. Und je nachdem, wie erfolgreich das wird, werden ab einem gewissen Punkt da noch weitere Wissenschaftler notwendig werden. Insbesondere Mathematiker im Bereich Stochastik. Denn da bin ich nur so mittelmäßig gut. Humerik und Optimierung, die jetzt hier auch nötig sind, kann ich für dieses Projekt, glaube ich, ausreichend gut. Das kriege ich hin. Aber es kann gut sein, dass wir halt gerade so Unsicherheiten, die da drin sind, zum Beispiel in der PV-Prognose und so weiter. Das muss ja alles da reingehen und das ist relativ komplex, das zu machen. Zumindest so, dass es schnell ist auch. Und wie immer für die Community wird das Ganze frei und ohne Werbung sein. Ich kann mir aber vorstellen, dass hier auch einige Firmen Interesse haben könnten. Da würden wir vielleicht nochmal irgendwie extra Schnittstellen anbieten, wenn es soweit ist. Mal sehen, das ist auch alles noch in den Kinderschuhen. Ja, der nächste Punkt ist ein Danke an meine freiwilligen Helfer. Also ich habe Nick aus meinem Team einfach mal sofort Geld überwiesen, weil der zum Beispiel in letzter Zeit wahnsinnig viel programmiert hat. Der hat sich um den Server gekümmert, also die ganze Administration. Er hilft ja auch bei diesem Energieoptimierungssystem mit. Also wir arbeiten schon aktiv daran. Beim PV-Tool auf unserer Webseite hat er mega viel übernommen und so weiter und so weiter. Also wenn irgendwer das verdient hat, dann er auf jeden Fall. Der macht echt sauviel und fragt meistens nicht mal irgendwie, ob er dann Geld dafür haben kann. Das finde ich halt auch eigentlich ziemlich krass. Aber genau, das ist halt was Schönes. Ja und zu guter Letzt habe ich mir noch was Kleines gegönnt. Einen neuen Bildschirm und ein Oszilloskop. Also ich habe mir einen zweiten Bildschirm geholt, da ich hier einfach mit drei Rechnen momentan arbeite. Und einen Bildschirm, das macht es ein bisschen ätzend. Und ein ordentlich Oszilloskop, da ich für meine Tests relativ häufig eins benötige. Und das jetzt einfach mal an der Zeit war, damit ich mal ordentliche Messungen machen kann. Das hilft mir natürlich auch total weiter. Ansonsten hat sich für mich persönlich erstmal nichts geändert. Okay, weiterhin gab es von euch noch einige Fragen, also auch ein paar kritische und die möchte ich auch gerne beantworten. Und zwar, die erste ist, kriegst du das Geld eigentlich privat? Nein, das geht auf ein Geschäftskonto und ich kann da auch nicht ohne weiteres dran. Also ganz so einfach ist das nicht. Privat habe ich jetzt erstmal nichts davon. Ich denke, das ist auch gut so. Was ich davon habe, ist natürlich jetzt mehr Zeit durch das Team. Zumindest wenn wir da mal eingespielt sind und ein neues Oszi und ein Bildschirm. Wie gesagt, okay, das hatte ich jetzt schon davon, das konnte ich mir dann mal holen. Und natürlich, wie gesagt, das Team, mit dem ich mich jetzt auch einfach austauschen kann. Aber der absolute Großteil ist für die Finanzierung des Teams und dafür wird er auch drauf gehen. Beziehungsweise einfach als Puffer auch da bleiben. Denn falls es mal nicht so gut läuft, dann kann ich die Leute auch ohne Probleme weiter bezahlen. Aber auch bringt mich das in die Lage, mal Videos zu machen, die vielleicht nicht so mega Videozahlen bringen. Also wo ich es schon weiß, weil das vielleicht ein extremes Nischenthema ist oder super nerdig. Dafür den Kern der Community aber besser ansprechen. Also auch das hilft mir natürlich, sowas mal zu machen und ich muss mir da nicht direkt Sorgen machen. Hier geht alles ein Bach runter. Das ist natürlich ganz schön. Nächste Frage. Zahlst du dir selbst ein Gehalt? Ja klar, also so funktioniert das. Ich bekomme von meinem Kanal auch ein Gehalt. Das hat sich aber nicht geändert oder so. Also das habe ich nicht angefasst. Wenn, hätte ich es eher runtergeschraubt, damit ich die Leute halt finanzieren kann. Und keine Sorge, das ist erheblich geringer als das, was ich als Wissenschaftler verdiene. Und vermutlich werden die Personen in meinem Team zumindest auf 100% Arbeitszeit gesehen, dann mehr verdienen als ich. Also in dem Kanal. Und das müsste ich erst ändern, wenn ich wirklich vollständig von dem Kanal leben würde. Ansonsten ist mir jetzt im Moment das Überleben des Kanals erstmal wichtiger. Eine Frage war auch, warum hast du das Finanzierungsziel eigentlich nicht genannt? Naja, klar, verstehe ich. Einige haben so gefragt, warum machst du das nicht wie bei Wikipedia zum Beispiel? Also so eine Art Balken, wo ich finanziell landen müsste, damit man irgendwie weiß, okay, da müssen wir hin. Ja, ganz ehrlich, weil ich es einfach noch nicht weiß oder wusste halt. Und weil ein Team ja auch laufend Geld kostet. Das heißt, das Ziel müsste ich dann irgendwie für einen gewissen Zeitraum festlegen. Also zum Beispiel Finanzierung des Kanals für ein Jahr oder so. Aber ich habe mit den Leuten ja noch nicht mal irgendwas ausgemacht. Ich mache das auch zum ersten Mal. Also ich bin da jetzt auch nicht gerade irgendwie mega erfahren. Deswegen wusste ich es einfach nicht, wie hoch die Kosten konkret sind. So richtig weiß ich es auch immer noch nicht. Aber vor der Aktion wusste ich nicht mal, ob ich überhaupt jemanden finde. Also das war halt einfach sehr schwierig für mich. In Zukunft könnte man, wenn das nochmal nötig werden sollte, das vielleicht dann auch ein bisschen konkreter machen und so. Aber im Moment ist das einfach schwierig für mich. Eine häufige Frage war auch, warum machst du eigentlich keine Werbung, die einfach nichts mit dem Kanal zu tun hat? Also die dich nicht irgendwie kompromittiert? Naja, ganz so einfach funktioniert das leider nicht. Natürlich wollen hauptsächlich Unternehmen bei mir werben, die auch meine Zielgruppe treffen. Das seid halt ihr, das heißt irgendwelche Unternehmen, die was mit PV-Akkus oder Energie zu tun haben. Und wie gesagt, das möchte ich einfach nicht. Es gibt aber auch andere Angebote. Das sind aber viel, viel weniger, als ihr, glaube ich, denkt. Also davon gibt es nicht so viele. Und ob das dann reicht, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Und was viele auch nicht wissen, ich müsste die Clips ja selbst produzieren. Und ganz ehrlich, ich möchte nicht vor der Kamera stehen und euch erzählen, dass ihr irgend so ein blödes Panzer-Pay-to-Win-Game ausprobieren solltet. Ey, tut mir echt leid. Ja, aber ein bisschen würde, würde ich mir gerne auch noch bewahren. Bringe ich einfach nicht, echt nicht. Und keine Ahnung, könnt ihr jetzt gut oder schlecht finden. Ist einfach so, mache ich nicht. Und letzten Endes, wahre Unabhängigkeit habe ich eigentlich nur durch euch. Das ist einfach so. Und das kann man sich, glaube ich, auch nicht schönreden. Ich hatte den Eindruck, dass sich das einige doch ein bisschen zu schönreden. Sehe ich halt, wie gesagt, nicht so. Zumindest für meinen Kanal. Ich kann von anderen, kann ich nicht sprechen. Das weiß ich natürlich nicht. Aber so ist es nun mal. Und bei anderen wirklich unabhängigen Kanalen ist es ja auch nicht anders. Die finanzieren sich auch zum Großteil durch die Community. Und ich denke, dass das auch eine gute Sache ist. Ja, dann gab es natürlich Fragen. Kannst du nicht sowas wie Patreon oder eine YouTube-Mitgliedschaft machen? Ja, solche Konstrukte sind meistens darauf ausgelegt. Du bezahlst was und bekommst dann zusätzliche Leistungen. Also exklusive Inhalte oder mal einen Livestream, wo nur Leute, die dann irgendwie sonst so viel bezahlt haben, reinkommen. Muss man nicht unbedingt so machen. Aber die meisten zielen eigentlich genau darauf ab. Und ich finde das schon problematisch, da ich ja das Wissen, was ich hier vermittle, und auch die Tools und so weiter, die wir hier haben, gerne grundsätzlich teilen möchte. Und besonders mit den Leuten, die es vielleicht nicht so dicke haben, denn die brauchen es ja auch am meisten. Also das wäre dann irgendwie eher das Gegenteil, wenn ich so eine Art Kanal-Mitgliedschaft machen würde. Deswegen, keine Ahnung, sehe ich da jetzt relativ wenig Sinn drin. Möglicherweise täusche ich mich aber auch. Ihr könnt mir da auch gerne eure Meinung zu schreiben. Also wäre ja auch kein Ding, das zu machen. Ja, da gab es noch so ein Treffen mit vielen größeren YouTubern. Also wirklich sehr bekannte Leute auch. Ziemlich cool, war super interessant. Es war wirklich schön. Also einfach mal mit den Leuten zu quatschen, die eine ähnliche Lage haben. Also die das so verstehen können. Das war echt spannend. Also was mich zum Beispiel echt überrascht hat, das war irgendwie so eine Info, die ich mal mitgenommen habe. Also viele Kanäle finanzieren sich anscheinend auch zu einem guten Teil über Merchandise, also irgendwelche Tassen oder so. Und ich meine, das könnte ich tatsächlich auch mal probieren. So eine Moin-Leute-Tasse oder die Kappen oder sowas. Weiß ich nicht. Wenn ihr da Ideen und Vorschläge habt, sagt echt gerne Bescheid. Fände ich cool. Wenn dann aber eher so unsere Bewegung halt ein bisschen witzig oder nerdig hervorheben. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also bitte auf gar keinen Fall irgendwas, wo ich drauf bin. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Das mag ich nicht. Ich finde das auch komisch. Aber wenn das so ein bisschen unseren Spirit, unsere Idee hier wieder gibt, also die Community einfach, dann fände ich es auch vielleicht ganz witzig. Es war aber auch einfach nett, mit Leuten über so Probleme zu reden, die das überhaupt kennen einfach. Also es ist schon was anderes. Also zum Beispiel der ganze Hate oder die Drohung, die man teilweise bekommt. Oder überhaupt die ganze Aufmerksamkeit. Das ist ja auch irgendwas, womit man umgehen lernen muss. Und auch den vielleicht relativ ungewöhnlichen Sorgen eines YouTube-Creators. Also es ist einfach so eine Gruppe, die einen halt versteht. So ein bisschen so eine YouTube-Creator-Selbsthilfe-Gruppe oder so. Also so dramatisch war es jetzt natürlich nicht. War halt einfach nett und schön. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Okay. Na gut, so viel dazu. Also tausend Dank für eure Hilfe. Ich denke, also wie gesagt, klar, es geht weiter mit einem Team. Also es wird wahrscheinlich jetzt auch besser werden. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Und dann freut euch auf viele neue Videos. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.